Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Bitcoin steht bei 7700 Dollar aktuell. Wir werden später in den Chart kurz reinblicken. Viel wichtiger heute aber die Meldung von Plan B, der das Stock-to-Flow-Modell für Bitcoin Anfang 2019 in Umlauf gebracht hat und wo sich der Preis wirklich in den letzten Jahren oder seit Beginn von Bitcoin immer an diesem Modell eigentlich orientiert hat. Und viele prognostizieren natürlich die Kurse in der Zukunft mit diesem Modell. Er hat heute ein neues Modell in Umlauf gebracht hier mit diesem Medium-Artikel, aus der hervorgeht, dass Bitcoin in den nächsten vier Jahren auf 300.000 Dollar steigen wird. Wie er das Ganze argumentiert, wie er das Ganze analysiert hat, woraus dieses Modell überhaupt besteht, das werde ich euch so einfach wie möglich erklären und auch meine Meinung dann am Ende dazu beitragen, wie wahrscheinlich ich es halte, dass so eine Prognose wirklich eintritt. Wenn dir das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und teile es mit deinen Freunden. Falls dir das Video nicht gefällt, dann behalte es für dich und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache zu den Telegram-Kanälen. Wir haben einmal eine Community-Gruppe, wo wir uns gegenseitig austauschen mit über 1700 Leuten und einmal den Channel, wo wir die aktuellsten News von der Webseite direkt hier rein posten. Dann verpasst ihr aktuelle Geschehnisse auf jeden Fall nicht. Falls ihr reinkommen wollt, die Links sind unten in der Videobeschreibung. Fangen wir wie immer mit der Marktübersicht an. Das können wir eigentlich so schnell wie möglich auch heute abhaken. Bitcoin ist in den letzten Tagen seitwärts unterwegs, konnte dieses Hoch von 7800 nicht überbieten, nicht rausnehmen und so bewegen wir uns wirklich auch mit sehr geringem Volumen weiterhin in diesem Bereich 7700, 7600 die ganze Zeit und können keine neuen Hochs aktuell bilden. Könnte sein, dass wir in den nächsten Stunden oder auch Tagen einen Ausbruch erleben. Werden wir gleich auch im Chart sehen. Aber ansonsten ist der Markt eigentlich ziemlich ruhig unterwegs. Stellar mit 8% im Plus. Tezos wieder sticht hervor in den Top 10 mit fast 6% im Plus. Ripple auch mit fast 5,5% im Plus. Ansonsten, wie gesagt, der Markt eher ruhig unterwegs aufgrund der Tatsache, dass Bitcoin seitwärts am Laufen ist. Kommen wir zu diesem neuen Modell, dem neuen Stock-to-Flow-Modell von Plan B. Plan B hat ja wie eingangs erwähnt 2019 im März das Stock-to-Flow-Modell für Bitcoin veröffentlicht. Dieses Modell hat immer noch sehr viel Zustimmung in der Kryptosphäre gefunden. Es wird sehr oft für Prognosen verwendet, für langfristige Prognosen vor allem. Ihr seht das hier in diesem Chart. Das ist dieses ursprüngliche Modell auf der x-Achse die Zeit, auf der y-Achse der Bitcoin-Preis. Und hier dieser grau-blau hinterlegte Bereich ist der Stock-to-Flow. Und die roten Punkte ist der Bitcoin-Preis. Und wie ihr schon sehen könnt, seitdem Bitcoin eingeführt wurde, hat sich das mehr oder weniger am Stock-to-Flow verhalten und auch immer wieder angepasst. Wenn wir hier mal drüber waren in einem Bullenmarkt, hat sich der wieder hier angependelt, genauso wie 2017. Und aktuell sind wir wirklich in einem Bereich, wo es genau auf den Stock-to-Flow passt. Das Stock-to-Flow-Modell kennen viele von euch, weil es, wie gesagt, sehr viel Zustimmung in den sozialen Netzwerken, in Nachrichtenportalen etc. Es wird auch immer wieder von Moonboys für langfristige Prognosen verwendet. Und für diejenigen aber, die es jetzt vielleicht nicht gesehen haben oder nicht wissen, worum es da geht, Stock-to-Flow-Modell versucht mit zwei Sachen einen Preis zu prognostizieren oder auch vergangene Preise zu erklären. Wir haben einmal Stock, das ist bei Bitcoin, die gemeinten Bitcoin. Also das, was im Umlauf ist am Supply. Und der Flow ist das, was zusätzlich hinzukommt durch das Mining. Und wir sehen immer wieder, dass diese Inflationsrate bei Bitcoin natürlich durch das Halving alle vier Jahre runtergeht und damit dieses Verhältnis von Stock-to-Flow aus dem Ungleichgewicht bringt. Und dadurch kommt diese steigende Kurve hier zustande. Wir haben ja jetzt in etwa elf Tagen das nächste Halving und dadurch wäre dieses Stock-to-Flow natürlich wieder höher. Beim ursprünglichen Modell sagt dieses Modell halt aus, dass in den nächsten ein, zwei Jahren Bitcoin bei 100.000 Dollar landen wird. Dieses Modell kann man auch zum Beispiel bei Silber oder Gold verwenden. Gold genau das Gleiche. Es gibt eine bestimmte Menge an Gold, was aktuell auf der Welt im Umlauf ist. Und es kommt immer wieder neues Gold auf den Markt, dadurch, dass es halt abgebaut wird. Und genau so kann man da auch so eine Preisprognose machen und auch diese vergangenen Preisbewegungen sich erklären. Und auch da ist es sehr interessant, dass sich der Preis am Stock-to-Flow orientiert. Also scheint es so, als wäre das valide. Wir haben jetzt bei Bitcoin, wie ihr schon sehen könnt, seit 2009, seitdem Bitcoin im Umlauf ist, diese Entwicklung, dass der Preis sich am Stock-to-Flow entwickelt. Ob das in Zukunft genauso sein wird, dafür kann euch keiner eine Garantie geben. Auch wenn die ganzen Moonboys jetzt schreien, Bitcoin ist in zwei Jahren bei 400.000 Dollar. Aber darüber sprechen wir gleich noch. Am Ende kommen wir erstmal jetzt zu diesem neuen Stock-to-Flow Cross-Asset-Modell. Um einen Einstieg in sein Modell zu finden, hat Plan B hier einige Beispiele uns mitgebracht für Phase-Transitions, also für Übergänge von Phasen. Er hat zum einen hier Wasser genommen. Wir haben einmal Wasser in fester Form als Eis, dann in flüssiger Form, gasförmig oder ionisiert. Jeder dieser Phasen hat verschiedene Eigenschaften und auch Vorteile oder auch Nachteile. Genauso sieht es beim Dollar aus. Wir haben verschiedene Phasen beim US-Dollar gehabt. Wir haben ganz am Anfang diese Goldmünze gehabt. Ein Dollar war eine solcher Goldmünzen. Und danach hatten wir diese Scheine, die aber mit Gold hinterlegt waren. Das heißt, wenn man mit diesem Schein zur Bank gegangen ist und hatte einen US-Dollar, hat man einer dieser Münzen bekommen. Später wurde das komplett rausgenommen. Und der US-Dollar hat jetzt keinen Gegenwert mehr, keinen festen Gegenwert mehr. Und das sind die drei Phasen jetzt hier nach Plan B beim US-Dollar, die hier verschiedene Eigenschaften und auch Vorteile natürlich mit sich bringen. Dann kommen wir zu den Phasen von Bitcoin. Dieser Chart hier sieht vielleicht aus wie abstrakte Kunst, aber das ist eine Studie von 2018. Nick Carter und Hasu Show haben eine Studie über die Bitcoin-Narrative erhoben, als was Bitcoin überhaupt angesehen wird über diesen Zeitverlauf. Als Bitcoin auf den Markt gekommen ist, seht ihr hier in diesem großen blauen Bereich, galt es als eCash-Proof-of-Concept, also als elektronisches Zahlungsmittel, ein bisschen als billiges Zahlungsnetzwerk und zensurresistentes digitales Gold. Das hat sich im Laufe der Zeit halt auch verändert, zum Beispiel ab 2010 bis 2014 seht ihr diesen großen grauen Bereich. Die Narrative war da. Vor allem wegen Silk Road und Darknet etc. wurde das halt wirklich hier für Darknet-Währung benutzt, für illegale Aktivitäten. Das wird heutzutage gar nicht mehr so angesehen. Vielmehr ist heutzutage die Phase des zensurresistenten digitalen Golds. Und wir haben zum Beispiel auch, dass wir hier eine Reserve-Currency für Kryptowährungen sind. Also alles wird in Bitcoin verrechnet, die Altcoins zum Beispiel. Und wir haben natürlich jetzt aktuell, dass wir einen unkorrelierten Financial Asset haben, einen Vermögenswert haben, was nicht mit klassischen Anlagevermögen korreliert. Auch wenn es jetzt im März so war, dass es korreliert ist, haben wir hier seit 2014 halt diese Narrative. Also wir sehen hier, dass wir verschiedene Phasen haben, verschiedene Narrative haben, was überhaupt Bitcoin, als was überhaupt Bitcoin angesehen wird. Plan B hat aus dieser Statistik, aus dieser Grafik hier, dann für sich sozusagen vier Phasen, vier elementare Phasen für sich hier abgeleitet, die mit finanziellen Meilensteinen zusammenhängen. Wir haben hier zum Beispiel Proof of Concept als erste Phase, nachdem das White Paper von Bitcoin veröffentlicht wurde. Danach haben wir die Phase Payments, nachdem Bitcoin einen Dollar erreicht hat. E-Gold, also digitales Gold, nach dem ersten Holding, nachdem Bitcoin gleich eine Unze von Gold war, gleichwert war und danach Financial Asset, also Vermögenswert, finanzielles Vermögenswert, nach dem zweiten Holding, nachdem eine Milliarde Transaktionen pro Tag über den Tisch ging und so Sachen wie Futures, Markte, CME, Bugged etc. Also was er uns damit sagen will, ist, dass diese verschiedenen Phasen von Bitcoin verschiedene Eigenschaften mit sich bringen und verschiedene Vorteile. Was er uns danach am Ende damit sagen möchte, ist, dass da auch mit diesen Eigenschaften auch verschiedene Nachfrage-Levels dann auch mit sich tragen. Jetzt ist die nächste Frage, wie können wir identifizieren, wie in Zukunft diese nächsten Phasen aussehen könnten. Dafür hat er jetzt hier dieses neue Modell, Stock-to-Flow-Cross-Asset-Modell, aufgestellt. Wie sei da vorgegangen? Er hat die Marktkapitalisierung jeden Monat genommen und hat dann hier in Abhängigkeit des Stock-to-Flows dieses Chart hier angelegt. Was er daraus hier abgeleitet hat, waren, dass er hier vier Cluster herausgesehen hat mit diesen vier verschiedenen Phasen. Er hat diese Cluster so angelegt, dass hier diese Preisdaten, diese Marktkapitalisierungsdaten, die geringste, ja, den geringsten Abstand haben zu diesen drei Phasen, Proof of Concept, Payments, E-Gold und Financial Asset. Nachdem er dann hier auch noch diese ganzen Regressionslinien dann eingezeichnet hat, errechnet hat, konnte er dann noch zudem, deswegen Cross-Asset-Modell, konnte er dann noch Silber und Gold dazu nehmen. Was wir sehr gut sehen können, dass hier wirklich alles auf dieser Regressionslinie liegt und seine Theorie ist jetzt, dass wir in diesen nächsten Phasen vielleicht danach hier in diese Silber, in diese Silber-Level kommen und das Ziel dann irgendwann sein wird, dass wir hier in dieses Gold-Level kommen. Also, dass wir hier eine Marktkapitalisierung von 10 Billionen US-Dollar sehen. Das entspricht, das rechnet er hier alles schön aus, er hat hier einen R2-Wert von 99,7%, was sehr gut passt hier zu dem, also die Daten stimmen auf jeden Fall sehr gut überein, sagen wir mal so, einfach ausgedrückt. 2020 bis 2024 soll nach dieser Rechnung somit Bitcoin bei 288.000 US-Dollar liegen. Nicht genau bei 288.000 US-Dollar, sondern dieses Cluster soll genau in diesem Bereich liegen. Wie wir gerade aber schon gesehen haben, diese Cluster, es ist sozusagen ein Mittelpunkt, der Preis kann drüber oder drunter sein in verschiedenen Monaten. Das heißt, wir können locker nach diesem Modell dann auch 300.000 US-Dollar sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass wir hier diese Entwicklung sehen. Wir haben natürlich hier bei diesem Modell nur sechs Anhaltspunkte. Wir haben diese vier Phasen von Bitcoin, dann haben wir Silber und dann auch noch Gold, die sehr gut auf diese Regressionslinie draufpassen. Und es scheint so, als wäre es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir solche Mondpreise sehen. Allerdings ist natürlich mit dieser kleinen Anzahl an Clustern, die wir haben, auch wenn diese Daten sehr gut übereinstimmen mit Gold und Silber, trotzdem muss man das alles mit Vorsicht genießen. Aber was wir natürlich gesehen haben beim klassischen Stock-to-Flow-Model, dass sich der Preis sehr gut anpasst, ob wir das hier auch sehen, das müssen wir abwarten. Es wird natürlich jetzt sehr interessant sein, wie sich der Preis nach dem Halving im Mai jetzt verhalten wird. Viele sagen ja, das Halving ist schon eingepreist. Die anderen sagen ja, am Tag des Halvings werden wir durch die Decke schießen. Ich will euch mal so viel sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich glaube kaum, dass jemand genau auf diesen Tag warten wird, bis er in Bitcoin einsteigt und den Preis durch die Decke schießt. Es kann natürlich sein, dass der Preis hochgeht, aber nicht aus diesem Grund, dass dann alle irgendwie FOMO schieben, sondern eher, weil vielleicht irgendwelche Wale es suggerieren wollen, dass das Halving irgendwie einen Effekt hat. Weil kein normaler Mensch, der irgendwie bei gesundem Menschenverstand ist, wartet doch auf den Tag, der schon Ewigkeiten feststeht, wann das passieren wird, um dort dann einzusteigen, weil er dann natürlich dann Gefahr läuft, einen höheren Preis zu zahlen, als er vielleicht letzten Monat zahlen musste. Auf der anderen Seite, ob es überhaupt eingepreist ist, sei mir auch dahingestellt. Ich glaube, das wird sich sehr, sehr langfristig im Preis erst bemerkbar machen, wenn wirklich diese Angebotsverknappung über einen langen Zeitraum dann wirklich bemerkbar macht und die Nachfrage vielleicht steigt, vielleicht gleich bleibt, mindestens gleich bleibt, dann können wir steigende Preise sehen. Aber so ein Modell ist natürlich ein sehr guter Anhaltspunkt, auch wenn man das natürlich, wie gesagt, mit Vorsicht genießen sollte. Das ist keine Garantie. Bitte, bitte Leute, das ist keine Garantie, dass der Bitcoin-Preis in den nächsten drei bis vier Jahren auf 300.000 Dollar steigt, auch wenn euch irgendwelche Moonboys das euch erzählen wollen. So, das war es jetzt zum Stock-to-Flow-Model. Kurzes Update zum Bitcoin-Chart. Wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, einfach mal gerne reinschauen. Ich habe von höheren Timeframes angefangen in tiefere Timeframes, kurzfristige Timeframes und das für euch ein bisschen analysiert. Da gibt es jetzt eigentlich nicht viel Neues. Aktuell, was wir sehen hier im 15-Minuten-Chart, ist, dass wir immer Lower Highs haben und Higher Lows haben. Das heißt, wir haben hier immer eine kleinere Spanne, in der sich der Bitcoin hier bewegt. Es kann sein, es muss nicht sein, aber es kann sein, dass wir hier mit Dynamik ausbrechen. Wichtig wird sein, dass wir dann diese Marken dann hier unterbieten oder halt überbieten, damit dann wieder Volatilität auf den Markt kommt, solange wir hier irgendwie ausbrechen, aber dann hier dieses Hoch nicht rausnehmen können. Dann sind wir natürlich weiter im Seitwärtstrend, genauso nach unten hin. Das Gleiche, da wird sich nichts ändern, aber halt dieses Dreieck, dieses Wedge hier mal im Auge, Symmetrical Wedge, ob wir wirklich einen Ausbruch sehen. Das Volumen, kann ich kurz euch mal zeigen, sehen wir vor allem im 4-Stunden-Chart. Das ist es eigentlich, oder im Tageschart sehen wir es auch sehr gut. Der Preis geht hoch, der Preis geht hoch, jetzt habe ich den Wurm drin, der Preis geht zwar hoch, aber wir sehen hier, dass das Volumen immer weiter abnimmt. Das ist eigentlich nicht so ein gutes Zeichen. Natürlich konsolidieren wir hier in tieferen Timeframes, aber hier im 4-Stunden-Chart, Tageschart, sind wir weiter in diesem Aufwärtstrend, aber immer mit weniger Volumen. Das könnte ein Erstindiz dafür sein, dass wir hier nach dieser großen Bewegung nach oben eine Erstkorrektur sehen können. Das war das Video für heute. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen mit diesem neuen Stock-to-Flow-Model, konntest du ein bisschen verständlich erklären. Falls dir gefallen hat, wie gesagt, am Anfang schon, lass gerne einen Daumen nach oben da. Schreib auch gerne in die Kommentare, wie deine Meinung zu diesem Modell ist. Würde mich mal interessieren, wie wahrscheinlich hältst du es, dass sowas eintritt, dass dieses Modell hier wirklich in Kraft tritt, sozusagen der Preis sich an diesem Modell hier verhält. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video bestimmt wieder. Ciao, ciao.